Was Sie hier sehen, sind zwei Aggregatszustände, nämlich flüssig und fest. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass auch Krebs teilweise so eingeteilt wird in flüssig und fest, können Sie natürlich gegenhalten, naja, aber Krebs wird natürlich schon Krebs sein, egal ob flüssig oder fest. Und da muss ich Ihnen leider widersprechen. Heute gehen wir mal auf ein paar Unterschiede zwischen flüssigem Krebs und festem Krebs ein. Wir hatten das in den älteren Videos ein bisschen anders dargestellt, aber wir haben nun mal einen Körper und im Körper sind verschiedene Organe. Und diese verschiedenen Organe bestehen aus verschiedenen spezialisierten Geweben. Und wenn man bei den Geweben nochmal eine Ecke tiefer guckt, sieht man, die bestehen nun mal aus Zellen, aus verschiedenen Zellen, die aber harmonisch zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt allerdings eine Zelle haben, die sich komplett asozial verhält, im Sinne von Nachbarschaftsliebe, die sich total gegen die Nachbarschaft, gegen die anderen Zellen richtet, die total ignoriert, worauf es dort ankommt im gemeinsamen Zusammenleben und immer weiter sich teilt und teilt und teilt, bis sie irgendwann das eigentliche Gewebe sogar verdrängt oder zerstört. Dann sprechen wir von Krebs. Das ist quasi die biologische Grundlage von Krebs. Da teilen sich Zellen und die haben absolut keinen Vertrag mit den umgebenden Zellen. Und wenn wir immer behaupten, dass Krebs ja eine Erkrankung des Genoms ist, beziehungsweise dass es ein Sammelbegriff ist für Erkrankungen des Genoms, dann liegt das daran, dass wir mittlerweile wissen, warum eine Zelle so ist, wie sie ist. Da kommen unsere Mutationen ins Spiel. Also wir haben Änderungen in der DNA, die in irgendeiner Form dazu führen, dass eine Zelle sich asozial verhält. Wenn wir jetzt von Flüssigkrebs sprechen, dann meinen wir Krebs von Zellen in der Blutbahn. Und da bitte nicht diese platten roten Dinger nehmen, das sind die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen. Die haben keinen Zellkern, die können keinen Krebs entwickeln, sondern die anderen, die Lymphozyten, Leukozyten etc. Entsprechend sprechen wir ja auch bei Flüssigkrebs von den Leukämien und Lymphomen. Demgegenüber müssen Sie sich unter festem Krebs vorstellen, das was wir zu den Karzinomen und so hatten, dass wir ganz viel Epithel haben, ganz viel Oberfläche haben, was so eine Art Gangsystem im Körper ist. Und dass sich da natürlich Krebs entwickeln kann. Entweder aus dem Epithel, dann reden wir von den Karzinomen, oder aus dem Stroma, dann reden wir von dem Sarkom. Aber heute meinen wir nicht nur die Karzinome und Sarkome, sondern auch die selteneren Krebserkrankungen. Und die Krebserkrankungen, wo wir nicht zu 100% wissen, wo sie genau herkommen, die Cancer of Unknown Primaries. Das Thema Häufigkeiten ist sehr schnell abgearbeitet. Fester Krebs macht so in etwa 92% aller Krebserkrankungen weltweit aus. Flüssigkrebs, also wir reden von den Lymphomen und Leukämien, macht in etwa 8% aus. Kommen wir zu den Einteilungen. Und da hatten wir ein Video gemacht, wo wir gezeigt hatten, dass die Einteilung von soliden Tumoren, von festem Krebs, sich nach dem Tumor richtet, nach dem T, nach einem möglichen Lymphknotenbefall, dem N, und nach einem möglichen metastatischen Befall, M, TNM. Und aus dem TNM, das ist die Abbildung darunter, bastelt man sich dann ein Stadium zusammen. Das heißt, für solide Tumoren, für festen Krebs, haben wir ganz klar die TNM-Kriterien oder die UICC-Kriterien. Anders gesagt sind das aber auch radiologische Kriterien. Ich muss ja Bilder machen, um zu wissen, ob ein Tumor 3 oder 7 cm groß ist. Und das ist der krasse Unterschied zu den Flüssigkrebsarten. Denn beim Flüssigkrebs geht es um einzelne Zellen, nicht um feste Manifestationen. Und da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten der Einteilung. Ich möchte aber um so ein bisschen an TNM und UICC dranbleiben und Ihnen deswegen eine Einteilung nahe bringen, die sogenannte RNA-Ba-Einteilung. Da gehen wir auch noch mal im Detail darauf ein, aber jetzt nur auf die Schnelle. Bei den Lymphomen handelt es sich ja um Lymphdrüsenkrebs, in dem in der Regel auch Lymphknoten vergrößert sind oder Lymphknotenstationen vergrößert sind. Und je nachdem, welche da befallen sind, kann man hier natürlich auch ein gewisses Muster erstellen. Man kann zum Beispiel sagen, es gibt welche oberhalb des Swerchfelds, es gibt vielleicht welche unterhalb des Swerchfelds und vielleicht gibt es sogar die Infiltration eines soliden Organes mit den Lymphomzellen. Wenn ich jetzt einfach nur oberhalb und unterhalb des Swerchfelds einteile, dann muss man sagen, da gibt es bei N-Aber noch genauere Einteilungen, um die sogenannten Lymphknotenregionen genauer einzuteilen, sodass man da halt auch noch mal in etwa die Höhe der Lymphknoten mit angibt. Und so kommen wir, wie gesagt, zu der N-Aber-Klassifikation. Aber das ist auch schon ein Zugeständnis an die Lymphome, die halt durchaus radiologisch greifbar gemacht werden können. Die kann man ja auch im CT oder im PET sehen. Das entspricht aber jetzt nicht den Leukämien beispielsweise. Diese Abbildung hatte ich Ihnen in dem Video zu den Fusionen gezeigt. Und da hatte ich Ihnen auch gezeigt, dass es zwischen den verschiedenen Chromosomen, das sind die einzigen Ziffern, die Sie da sehen, also Chromosom 8, Chromosom 14, Chromosom 9, 11 und 18, dass es da halt zu Fusionen oder Translokationen kommen kann und die für spezielle Flüssigkrebsarten typisch sind. Wie Sie hier sehen, im Spezifischen für Lymphome typisch sind. Wir wissen mittlerweile, was dahinter steckt, also was diese Fusionen für Fusionsproteine bilden und wissen natürlich, dass diese Proteine mit der Aufrechterhaltung von Zellteilungen etc. viel zu tun haben. Also wie gesagt, die Fusionen, also die relativ großen genetischen Veränderungen im Vergleich zu den Small-Scale-Mutationen, die finden wir bei den Lymphomen. Brad Vogelstein hatte ich schon mal in einem Video. Der hat gesagt, er guckt sich mal die Anzahl der Mutationen pro Krebsart an und schaut sich dann mal an, wie die sich unterscheiden. Also ein bisschen Tumor-Mutational-Burden pro Krebsart. Und er hatte sowas aufgezeichnet. Und da sehen Sie schon, es gibt ganz rechts welche, die ganz wenig Mutationen haben. Und ganz links gibt es welche, die ganz viele Mutationen haben. Und hier kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, dass ganz rechts wahrscheinlich eher junge Patienten betroffen sind. Ganz links wahrscheinlich eher Patienten, die eine gewisse Exposition gegenüber einem krebserregenden Stoff oder mutationserregende Stoffe hatten. Und hier ist nochmal aufgelistet, wie das ist. Es ist in der Tat so, ganz rechts sind die pädiatrischen Krebserkrankungen, also die, die wirklich Kinder betreffen. Da können wir nicht davon ausgehen, dass sich da kumulativ viele Mutationen angehäuft haben. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie nochmal auf das Video zum Thema Chromotrypsis hinweisen, weil das ist natürlich eine mögliche Erklärung, wie das auch im jungen Alter kommt, wenn man gar nicht so viel Expositionen hatte und gar nicht so viel Mutationen gesammelt haben kann. Und direkt daneben sehen Sie bereits, beziehungsweise auch in den pädiatrischen Tumoren, die akute lymphatische Leukämie, direkt daneben sehen Sie bereits Flüssiggrebs, Liquid Cancer. Und hier, um genau zu sein, Leukämien. Also hier haben wir, wie gesagt, im Gegensatz zu dem Lymphom, was wir an der anderen Seite sehen, wo wir wissen, das sind Fusionen und Rearrangements, ganz wichtig, hier bei den Leukämien eher wenig Mutationen. Wir haben bei den soliden Tumoren gesehen, dass es da relativ standardisierte Methoden gibt, um einen Therapieerfolg zu quantifizieren oder zu beurteilen. Und auch hier sind wir wieder im radiologischen Bereich. Um das zu machen, brauchen wir Bildgebung. Wir müssen gucken, wie sich die Tumordurchmesser verändern. Wenn die kleiner werden, haben wir eine Response. Wenn die größer werden, haben wir Progressive Disease. Und dazwischen, zwischen einer Zunahme von 20% der Tumordurchmesser und einer Abnahme von 30% ist man im Bereich der Stable Disease. Das nennt man Resist oder Response Evaluation Criteria in Solid Tumors. Also das ST in Resist sagt uns schon, dass sich das auf solide Tumoren bezieht. Ganz wichtig hier nochmal vom Wording, dass Therapie ansprechen oder Englisch Response ist halt so das, was man beurteilt. Also Response heißt, etwas wird kleiner, etwas wird größer. Im Optimalfall wird etwas kleiner. Bei den Flüssigkrebsarten haben wir, wie gesagt, das Problem, dass wir ja nichts im Bild messen können. Wir müssen ins Blut gehen und da Zellen bestimmen, die bösartigen Zellen der Krebserkrankung und der Lymphomerkrankung halt quantifizieren. Was kann man so ein bisschen umgehen, wenn man zum Beispiel sehr feine DNA-Abschnitte oder so im Blut messen kann? Umgeht man so ein bisschen das Zell zählen. Ansonsten ist das wirklich eine Aufgabe, die natürlich automatisiert erfolgt, dass spezifische Zellen halt gezählt werden und sich angeschaut werden. Hier sprechen wir allerdings von der Remission. Wir werden mit Sicherheit aus den frühen 2000er Jahren Einteilungen finden, die Ihnen behaupten werden. Response und Remission, das ist eigentlich das Gleiche in Krebs, setzt halt voraus, dass Flüssig- und Festkrebs das Gleiche ist, was ich so ist. Remission heißt, da geht etwas ganz weg. Es gibt bei den Flüssigkrebsarten keine Stable Disease. Da gibt es nicht die Option zu sagen, ach, wir gucken mal, ob da eventuell was nur 10% größer wird. Wir kommen gleich dazu, warum das nicht geht. Aber ganz klar, Therapieziel muss die Remission sein. Der Krebs muss einmalig weg sein. Ein bisschen dazu, warum dem so ist. Wenn wir Flüssigkrebs und Festenkrebs gegenüberstellen, dann kann man eine Zellverdoppelungszeit bestimmen. Das ist nicht ganz so sauber. Beim Festenkrebs redet man von der Tumorverdoppelungszeit. Das ist, Überraschung, ein radiologischer Begriff, wo man einfach guckt, wann ein Tumor doppelt so groß ist zu vorher. Beim Flüssigkrebs haben wir natürlich die Option, einzelne Blutzellen zu quantifizieren im Blut und zu gucken, wie lange das dauert, bis die sich verdoppeln. Und ich muss Ihnen hier sagen, das werden Sie gleich sehen, dass wir unter Flüssigkrebs jetzt die häufigsten Krebsarten in diesem Bereich verstehen. Und das sind halt schon die malignen oder bösartigen Lymphome und die akuten Leukämien. Und bei diesen akuten Leukämien und bei den aggressiven Lymphomen kann es bis zu Stunden dauern, bis sich die Zellzahl verdoppelt hat. Also viel aggressiver geht es nicht. Und wenn wir sagen, wir definieren Notfälle in der Onko- oder in der Hämato-Onkologie, dann gehören diese akuten Leukämien oder die besonders aggressiven Lymphome, wie das Burkett-Lymphom, auf jeden Fall zu den Notfällen. Das Wissen, dass die Verdoppelung der Tumorzellen Stunden nur in Anspruch nehmen kann, heißt natürlich auch im Umkehrschluss, hier muss man sofort therapieren. Bei den soliden Tumoren, und das möchte ich ja nicht verheimlichen, es gibt auch sogenannte indolente Lymphome. Die sind ein bisschen seltener als die aggressiven Lymphome. Die sind aber vergleichbar mit den soliden Tumoren. Da ist die Zeit so irgendwas zwischen 100 und 400 Tagen. Womit wir auch beim Thema wären. Beim festen Krebs, habe ich Ihnen in vielen Videos gezeigt, haben wir diese drei Modalitäten für die systemische Therapie. Wir haben beim festen Krebs natürlich auch die Option der Operation oder der lokalen Verfahren, die wir wiederum beim Flüssigkrebs überhaupt nicht haben. Aber ich möchte nur auf die metastasierten Stadien, auf die fortgeschrittenen Stadien eingehen. Da haben wir beim festen Krebs die zielgerichtete Therapie, die Immuntherapie und die Chemotherapie. So ganz anders ist es beim Flüssigkrebs erstmal nicht. Wenn wir sagen, wir haben eine extremst aggressive Tumorpopulation mit Tumorzellen, die sich innerhalb von Stunden teilen, schreit das erstmal nach Chemotherapie. Wenn man sich dann vorstellt, das findet im Blut statt und ich gebe eine intravenöse Chemotherapie, die direkt ins Blut gegeben wird, dann schreit das doppelt nach Chemotherapie. Leukämien, muss man nochmal im Hinterkopf halten, sind ja Krebserkrankungen des Knochenmarks. Das sind Stammzellen des Knochenmarks, die bösartig sich verändern und dann womöglich im Knochenmark die guten Zellen verdrängen. Und von der Chemotherapie aus den allerersten Gehversuchen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, weiß man, die macht halt auch das Knochenmark kaputt. Das ist sogar eine sehr rationale Therapieform gegen Leukämien. Bei den Immuntherapien sehen wir hier die Immuntherapie 2. Rechts sehen wir die Immuntherapie in Anführungszeichen 1, die Immune Checkpoint Blockade. Immuntherapie 2, das war das mit den KT-Zellen. Und ich hoffe, ich habe in den Videos auch ein bisschen verständlich gemacht, warum die gerade bei den Leukämie- und Lymphomarten so eine Wichtigkeit haben. Sie sehen, ein bisschen Platz ist hier unten auch noch und das will ich auch nicht verheimlichen. Wir haben gesagt, wir wollen eine Remission. Wir wollen die Krebserkrankung einmal komplett auf Null fahren. Und dazu gibt es bei Flüssigkrebs, was es zwar theoretisch auch beim festen Krebs gibt, aber wenig Sinn macht, noch die Option der Knochenmarkstransplantation. Heutzutage wird eigentlich kaum noch Knochenmark entnommen, sondern die Stammzellen werden aus dem Knochenmark mobilisiert, ins Blut abgegeben, dort entnommen und dann dem Empfänger zugeführt. Also das sind Optionen, die es nur für Flüssigkrebs gibt. Und natürlich muss man sagen, ist da ein enorm enger Austausch zwischen diesen beiden Krebsarten. Worüber wir auch schon gesprochen hatten, die ganze Geschichte und die mRNA-Vakzinierung, die ist natürlich für beides theoretisch enorm sinnvoll. Bei Flüssigkrebs, und da meine ich jetzt ausdrücklich die akuten Leukämien und die aggressiven Lymphome, während ich die indolenten Lymphome zu dem festen Krebs zählen würde, weil das halt sehr ähnlich ist. Wir haben beim Flüssigkrebs die Remission. Wir haben gesagt, da muss komplett was weggehen. Wir haben bei dem festen Krebs die Response. Das heißt, da muss etwas im Optimalfall kleiner werden. Die Option, dass etwas verschwindet beim festen Krebs, die haben wir eigentlich gar nicht. Und wie gesagt, das mit der Remission ist auch nochmal verstärkt durch die Knochenmarkstransplantation oder Stammzelltransplantation. Die wird auch oft dann eingesetzt, wenn eine Chemotherapie eben nicht zu einer Remission führt. Machen wir aber natürlich auch noch ein getrenntes Video zu. Hatte ich, glaube ich, schon in einem der Immuntherapie-Videos thematisiert. Summa summarum sehen Sie auf der linken Seite alle Ansätze für einen kurativen Ansatz. Kurare heißt heilen. Kurativ heißt, das ist eine Krankheit, die hat man, dann therapiert man, dann ist sie weg. Auf der rechten Seite allerdings haben Sie den festen Krebs, also die soliden Tumoren und indolenten Lymphome. Da hoffen wir überhaupt, dass es eine Response gibt, also dass es zu einer Verkleinerung kommt. Und dieses Setting im Gegensatz zu dem kurativen Ansatz, zu dem heilenden Ansatz, den nennen wir palliativ. Ich habe aber beides in gleiche Farbe gesetzt. Palliativ heißt, wir können beim besten Willen nicht davon ausgehen, dass wir mit dieser eingesetzten Therapie den Krebs wegbekommen, sodass er wirklich nicht mehr detektierbar ist. Wir haben bei den kurativen Ansätzen die Option, zum Beispiel das Knochenmark komplett auf Null zu fahren, dann mit neuen Stammzellen wieder aufzubauen, also einen wirklich kurativen Ansatz. Wir haben bei den soliden Tumoren den palliativen Ansatz, das heißt, ab Erstdiagnose sind wir in Bereichen, wo unter anderem ein Therapieziel sein kann, eine Chronifizierung der Erkrankung zu erreichen. Das heißt aber nicht, und das ist wichtig, und ich werde mich auch bemühen, ein, zwei Palliativmediziner hier mal zu Wort kommen zu lassen, dass gar nichts mehr gemacht wird oder man nicht mehr gegen den Krebs kämpft. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal.